Ich bin und heiße Paul Silberstein. Und dies ist eine Liste meiner Hauptregeln. Erstens, bekenne dich zu deiner Merkwürdigkeit. Du bist ein merkwürdiges Kind. Zweitens, tu, was dir in den Sinn kommt. Dann schwimm! Ich kann nicht schwimmen! Du springst doch nicht, was dann? Ich erfinke! Drittens, überlasse die wesentlichen, dich betreffenden Entscheidungen niemals anderen. Ich erwarte, dass du unter keinen Umständen scheiterst. Ich soll Papst werden? Mindestens, Kadena. Alles andere wäre unverzeihlich. Ich will nicht mehr zurück. Wohin? Ins Internat! Jeder hat sein Internat. Dein Vater war nicht mit sich selbst befreundet. Ich kann nicht sagen, dass mir dieses Lächeln gefällt. Die Silbersteins sind Weltmeister im Übelreagieren. Ich hoffe, du schlägst aus der Wahrheit. Wer seinen Ideen und Worten nicht Taten folgen lässt, ist wohl nicht besser dran als jener, der gar keine Ideen hat. Ah! Du bist ein seltsames Kind. Das sagt meine Mutter auch. Weilheit. Du bist, was du bist. Geboren wird man als Entwurf zu einem Menschen. Und dann muss man Zeit seines Lebens aus sich einen wirklichen Menschen machen. Paul Silberstein. Mulgo, der funkelnde Hundling. Der was?